Adventskalender, Auszeit für die Seele. Eine Reihe zum Hören, montags bis freitags im Advent. Untertitelung des ZDF, 2020 Barbara Zweige Leute, die einen Garten haben, steilen heute ein paar Zweige vom Kirchbaum ab. Wenn man sie ins Haus holt und in eine Vase stellt, fangen sie um Weihnachten herum an zu blühen. Barbara Zweige nennt man sie. Aber was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Schon wieder ein kitschiger Brauch. Kitschig sind hier spült nun nicht. Aber was haben sie mit Weihnachten zu tun? Wir Christen feiern an Weihnachten, dass neue Leben anfängt, weil Gott zur Welt gekommen ist. Das kann man erzählen und davon sehen. Aber ich möchte auch noch anders spüren und erleben, dass es wahr ist. Deshalb geben sich Menschen in der Zeit bei Weihnachten mehr Mühe als sonst miteinander. Sie suchen Geschenke aus. Sie dekorieren die Wohnung. Sie zünden Kerzen an. Sie möchten anderen und sich selbst eine Freude machen. Sie möchten spüren, dass das Leben neu werden kann. Anders, besser. Und die blühen in Zweige mitten im Winter. Die führen einen das Verordnungen. Es ist möglich. Das Leben kann wieder zu blühen anfangen. Herr, gib uns das Vertrauen in dich, dass du uns zu allen Zeiten unseres Lebens beistehst, uns begleitest und nicht allein lässt. Lass uns unser Leben ausrichten an dir. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jedem Tag hören alle, die taub sind, sogar Worte, die durchgeschrieben sind. Und die Augen der Winden ziehen selbst in Dunkeln und Finstern. Der Niedrigen freut sich wieder über den Herrn und die Armen über den Heiligen Israels. Der Niedrigen freut sich wieder über den Heiligen Israels. Der Niedrigen freut sich wieder über den Heiligen Israels. Der Niedrigen freut sich wieder über den Heiligen Israels. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!